Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video werde ich Ihnen zeigen, wie einfach das ist, wenn Sie Etiketten ausdrucken und Ihre Schrifteigenschaften bearbeiten oder anders gestalten wollen. Dieses Video gilt ausdrücklich und alleinig für Standardetiketten, für Zebraetiketten oder für Zebra-Bondrucker-kompatible Etiketten. Also ganz, ganz wichtig, für Dümo-Etiketten oder für Brother-QL-Etiketten ist dieses Video nicht relevant und nicht zuständig. Okay, wenn Sie Artikel angelegt haben und ich habe jetzt schon mal unseren Z-Designer, also Zebra-Designer eingestellt, klicken wir einfach auf Etiketten drucken. Nun wählen wir unser Etikett aus, das wir bearbeiten wollen und sagen nun Konfiguration, Etiketten, Einstellungen. Hier haben wir nun unser Etikett, das wir mal vorbereitet haben, vor uns. Um die Eigenschaften eines Objektes zu verändern, in dem Fall ist unser Textfeld hier einfach ein Objekt, machen wir einen Doppelklick auf das Objekt oder wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen dann Properties. In dem neuen Fenster, Field Properties, also Feldeigenschaften, klicken wir auf die Karteikarte Style. Um die Größe oder die Schriftart eines Objektes nun auszuwählen oder zu verändern, klicken wir auf diesen Button Font, hier auf diesen Button mit den drei Pünktchen. Nun wählen wir eine neue Schriftart aus, wir nehmen jetzt mal irgendwas, damit wir es gleich sehen und sagen, okay, wir wollen das so haben. Auch machen wir das Objekt größer. Wenn Sie Ihre Auswahl fertig getroffen haben, klicken Sie auf OK und Sie sehen nun hier unten schon in der Vorschau, dass das Objekt sich verändert. Genauso können Sie natürlich sagen, das Objekt soll immer durchgestrichen sein, warum auch immer, oder es soll unterstrichen sein, wenn Sie wollen. Des Weiteren können Sie natürlich auch die Vordergrundfarbe für Ihr Objekt bestimmen, indem Sie das Häkchen für den Standard herausnehmen und nun eine neue Vordergrundfarbe wählen. Ich sage jetzt einfach mal Rot. Wir klicken auf OK. Auch können Sie, wenn Sie wollen, eine abweichende Hintergrundfarbe sagen. Okay, dass Sie sagen, ich will es jetzt nicht in Weiß haben, hier die Hintergrundfarbe, sondern Sie wollen es zum Beispiel in Gelb haben. Jetzt haben wir eine Situation, dass trotz Ihrer Auswahl der Hintergrund nicht gelb erscheint. Warum? Weil Sie hier im Backstyle gesagt haben, der Hintergrund soll immer transparent sein, egal welche Farbe Sie eingestellt haben. Das heißt, hätten Sie auch hier schwarz eingestellt, wäre egal. Schwarz wird ignoriert, also die Hintergrundfarbe wird immer ignoriert, es sei denn, Sie würden opaque wählen. Das heißt, wenn Sie sagen, es soll nicht transparent sein, sondern durchscheinend sein, dann haben Sie auch genau den Effekt, den Sie an dieser Stelle eingestellt haben. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind und wenn es wirklich so sein soll, wie Sie es oder wenn es so sein soll, wie Sie es gern hätten, dann klicken Sie einfach auf OK, um Ihre Änderungen nun im Etikett zu übernehmen. Wichtig an dieser Stelle ist, wenn ein Objekt eine Schriftgröße zum Beispiel von 10 hatte und Sie wählen nun eine größere Schriftart, das heißt 12, 16, 20, egal, 70, wie auch immer, dann sieht es im ersten Moment so aus, als ob Ihr Objekt zu klein ist. Wenn das der Fall ist, das heißt, die Höhe reicht nun nicht mehr aus. Wenn das der Fall ist, klicken Sie das Objekt an, nicht Doppelklick, einmal klicken, Sie klicken es an, drücken die Maustaste und verschieben es. Wabi Profi 3 ermittelt durch das Verschieben oder stellt fest, dass wir nun eine neue Mindesthöhe haben, die es braucht und setzt es automatisch. Wabi Profi 3 hat nun die richtige Höhe übernommen und Sie können nun mit der Anpassung der Breite beginnen, das heißt, indem Sie einfach das Objekt nehmen und an diesen Seitenrändern ziehen. Somit können Sie natürlich dann auch die Breite des Objekts gemäß Ihrer neuen Höhe anpassen, denn eine neue Schrifthöhe setzt fast meistens auch eine neue Schriftbreite oder eine Mindestbreite voraus, damit die Informationen des Objektes in diesem zur Verfügung gestellten Rechteck, sage ich jetzt mal, hier in unserem gelben Rechteck auch angezeigt werden können. Ja, das war es schon mit den Texteigenschaften. Ich hoffe, es hat Ihnen ein kleines bisschen geholfen. So, und zu guter Letzt werden wir einfach mal kurz die Frage noch beantworten, wenn Sie sagen, ja, ich habe ja gar keine Zebra-Etiketten oder ich habe keinen Zebra-kompatiblen Etikettendrucker mit kompatiblen Etiketten. Was muss ich dann machen, um dahin zu kommen? Ganz einfach, wenn Sie Standardetiketten verwenden, haben Sie natürlich ein anderes Fensterchen vor sich, wenn Sie auf Etiketten drucken klicken, und zwar dieses. Dann haben Sie hier Ihre definierten Etiketten mit Ihren hinterlegten Etiketten, also hier Ihr Etikettenformat mit den hinterlegten Etiketten. Nun klicken Sie einfach, wenn Sie Ihre Auswahl hier getroffen haben, auf Details und Layout. Sie klicken dann Ihr gewünschtes Etikett an und klicken auf Bearbeiten. Nun sind wir genau da, wo wir vorher waren, nur es sieht halt ein bisschen anders aus, weil wir hier einfach ein Herma-Etikett jetzt mal da haben. Da können Sie auch einen Doppelklick oder einen Rechtsklick drauf machen und dann auf Style gehen und es genauso machen, wie wir es in dem vorhergehenden Abschnitt gezeigt haben.